im bmw 1a hören wir tupac keine millionen und ich habe koma warte und guck mal wegen american gangsta menester society wollten wir gangsta sein kaufen uns autos und kaufen uns gaspullen das ist sowas wie ein führerschein gönne nicht wenn du mal cash hast deshalb ist so viele verschwinden damit du in ruhe cash machst baller sie ab ich lass dich verschwinden wie treibsand mitternacht undercover wegen nehmen für bullen in schalzberg wie die schüsse von neymar wegen illegalen sachen machen sind sie alle an fliegen wie barry c chile immer nur mit thug niggas und mit drug dealers und das nur aus prinzip berater für besondere anlässe wenn die sieben nutzer kommen in handschellen deshalb muss sie sehr gut nachdenken denn der erste schuss muss dich doch klar treffen gangsta mentality stock trinkt dann ist sie tupac machte ist doch vor ich bin die favorit hasler kategorie bitches lieben wirklich wieso gang gang attitude real nigga arbeitete nie in ein restaurant doch kassierte wie kellner kappel von balenciaga wir ficken mit noten damit wir dort bunkern im zimmer die grammys die kilos im keller sind immer bewaffnet als wären wie söldner kleine barretta immer neben mir dann schlafe ich besser mut käff niemals püßer frag mal den mcgregor ich kärfe für geld genauso wie meweta kappel von balenciaga im zimmer die grammys die kilos im keller sind immer bewaffnet als wären wie steppner ich schläge die pussy genauso wie paper alles und auch Bis zum nächsten Mal.